Das ist hier die Sicht. Auf, wie heißt es nun? Ich glaube Scharnebeck. Oder doch nicht. Nein. Nutzfelde. Nutzfelde hier. Wir haben nur die Richtung Scharnebeck. Das macht aber nichts. Hallo. Ich kann wohl vom Oldtimer treffen. Die Jungs. Hier Nutzfelde. Da denkt man, das ist Scharnebeck. Jetzt ist es doch nicht. Ja, Nutzfelde. Da haben wir die Felder gut bestellt. Jetzt ist hier Lentenau. Gut. Lentenau. Gleich mit dem. Lentenau. Ja, rechte Seite blanke Felder. Da hinten war ein schönes Gebäude. Und links, leider im Sonnenlicht, geht es runter. Zersiedlung, nicht so einheitlich. Da müssen wir leider drauf zielen. Andere Seite ist gar nichts los. Das ist besser in die Sonne gucken, als gar nicht gucken. Das ist so. Da sind zwei hübsche Damen auf dem Fahrrad. Lentenau. Da gibt es ihnen auch die hübschen. Lentenau. Ja. Räumschutz. Ja. Ja. Ja.